Jilly, ich habe das deutsche Buch von Der Ne ganze Sieg ist nicht hier, deswegen hat meine Mama mir das abfotografiert und ich lese es von meinem Handy vor. Und zwar, meine erste Lieblingsstelle ist der tiefgründige Gedanke Nummer 3 und er heißt Die Starken bei den Menschen tun nichts, reden und reden. Und die Stelle, die ich mag, ist Aber ich glaube, dass dieser Satz ein echter tiefgründiger Gedanke ist, gerade weil er nicht stimmt, jedenfalls nicht ganz stimmt. Er drückt nicht das aus, was man am Anfang glaubt. Ich garantiere Ihnen, die Welt würde anders aussehen, wenn man in der gesellschaftlichen Hierarchie proportional zu seiner Inkompetenz absteigen würde. Doch das Problem liegt woanders. Was dieser Satz sagen will, ist nicht, dass die Inkompetenz einen Platz an der Sonne haben, dass die Inkompetenten einen Platz an der Sonne haben, sondern dass nichts härter und ungerechter ist als die menschliche Realität. Die Menschen leben in einer Welt, in der die Wörter und nicht die Taten Macht haben, in der die Beherrschung der Sprache die höchste Kompetenz ist. Das ist schrecklich, denn im Grunde sind wir Primaten und darauf programmiert zu essen, zu schlafen, uns fortzupflanzen, unser Territorium zu erobern und zu sichern. Und die Begabtesten darin, die Animalistischen unter uns, ziehen immer den Kürzeren mit dem Rennen mit den Anderen, im Rennen mit den Anderen. Mit denen, die zu reden verstehen, jedoch unfähig wären, ihren Garten zu verteidigen, einen Hasen für das Essen nach Hause zu bringen oder korrekt zu zeugen. Die Menschen leben in einer Welt, in der die Schwachen herrschen. Das ist eine schreckliche Beleidung für unsere animalische Natur. Eine Art Perversion, ein krasser Widerspruch. Wenn das nächste ist, auf diese Weise baut sich Papa jeden Tag neu auf. Ich sage, baut sich auf, weil ich denke, dass es jedes Mal ein neues Gebäude ist, als wäre in der Nacht alles niedergebrannt und als müsste man wieder ganz von vorn anfangen. So lebt man sein Menschenleben in unserer Welt. Man muss seine Identität als Erwachsener ständig neu aufbauen. Dieses wackelige und vergängliche und so zerbrechliche Gefüge, das die Verzweiflung umhüllt und das sich vor dem Spiegel die Lüge erzählt, an dem man glauben will. Für Papa sind die Zeitung und der Kaffee der Zauberstab, der ihnen einen wichtigen Mann verwandelt. Wie den Frosch in einen Prinzen. Man muss sagen, dass er eine große Befriedigung darin findet. Ich sehe ihn nie so ruhig und entspannt wie vor seinem 6 Uhr Kaffee. Aber der Preis, den ihr dafür bezahlt, der Preis, den man dafür bezahlt, ein falsches Leben zu führen. Wenn die Masken fallen, weil eine Krise eintritt und sie tritt immer ein bei den Menschlichen, bei den Sterblichen, ist die Wahrheit geschrecklich. Das nächste ist, das ist also der tiefgründige Gedanke des Tages. Zum ersten Mal begegne ich jemanden, der die Menschen sucht und dessen Blick weiterreicht. Das mag trivial erscheinen, aber ich glaube trotzdem, dass er tiefgründig ist. Wir sehen nie über unsere Gewissheiten hinaus. Und was noch schlimmer ist, wir haben es aufgegeben, Begegnungen zu machen. Wir tun nichts anderes, als uns selbst zu begegnen, ohne uns in diesem ständigen Spiegel wiederzuerkennen. Wenn wir es merken würden, wenn es uns bewusst würde, dass wir im Anderen immer nur uns selbst ansehen, dass wir allein sind in der Wüste, würden wir verrückt. Wenn meine Mutter Madame de Bouglier Macron von La Durée anbietet, erzählt sie sich selbst ihr Leben und knabbert lediglich an ihrem eigenen Wohlgeschmack. Wenn Papa seinen Kaffee trinkt und seine Zeitung liest, betrachtet er sich in einem Spiegel im Stil Autosuggestion nach Coué. Wenn Coulomb über Mariens Vorlesungen spricht, zieht sie über ihr eigenes Spiegelbild her. Und wenn die Leute an der Concierge vorbeigehen, sehen sie nur Lehrer, weil sie sich in ihr nicht widerspiegeln. Ich flehe das Schicksal an, dass es mir die Chance gibt, über mich selbst hinaus zu sehen und jemandem zu begegnen. Und dann noch eins, das ist, Ich für meinen Teil glaube, dass wir nur eines tun können, die Aufgabe finden, für die wir geboren worden sind, und sie so gut wie möglich erfüllen, mit aller Kraft, ohne die Dinge unnötig zu komplizieren und ohne zu meinen, in dieser animalischen Natur liegt etwas Göttliches. Nur so werden wir das Gefühl haben, etwas Konstruktives zu tun, wenn der Tod uns holt. Die Freiheit, die Entscheidung, der Wille, das sind alles Hirngespinste. Wir meinen, wir können Honig machen, ohne das Schicksal der Bienen zu teilen. Doch auch wir sind nur arme Bienen, dazu bestimmt, unsere Aufgabe zu erfüllen und dann zu sterben. Was schön ist, erhaschen wir, während es vergeht. Es zeigt sich in der vergänglichen Gestalt der Dinge in dem Moment, da wir gleichzeitig ihre Schönheit und ihren Tod sehen. Oh weh, habe ich mir gesagt, heißt das, dass man sein Leben auf diese Weise führen sollte? Immer im Gleichgewicht zwischen der Schönheit und dem Tod, der Bewegung und ihrer Auflösung? Vielleicht heißt lebendig sein das, Augenblicke zu verfolgen, die sterben. Tisi. Bis zum nächsten Mal.